Na ja. So, 80 Meter, dann mal los. Hey, ich bin's Charlie. Delta geht an Bord. Ich hab nicht viel Zeit. Du musst zur falschen Wetterstation. Dort wird die Bunker-Klimaanlage gesteuert. Finde einen Weg durch den Lüftungsschacht und du bist im Bunker. Gließ die drei Festplatten an, die ich gegeben habe. Ihre Spiele werden dann infizitiert. Fuck. Das geht ja schon mal gut los. Alles klar. Also. Scharfschützen am Start. Du Scheiße, Alter. Oh Gott. Hm. Sehr spaßig. Sehr, sehr spaßig. Oh. Scheiße. Frage ist natürlich, wie komme ich an den Scharfschützen da vorbei? Und der Typ nervt auch. Und zwar derbe. Kommen wir da rüber. Kommen wir da rüber? Hm. Natürlich nicht. Ach du Scheiße, da steht ja einer. Oh Gott. Oh Gott. Der mich sieht. Am besten du losst einfach weiter. Ja. Das ist eine vernünftige Maßnahme. So. Tja. Ich denke mal, das wird der einzige Eingang sein, da, wa? Alter. Bleib mal an der Wand dran, ne? Ich habe da doch gerade ihn gesehen. Sag doch. Na klasse. So. Ehm mal um das ganze Ding hier rum. Wie geht es? dogaust! Oh Gott. Wie geht es nicht? Ja. Oh Gott. Ja. Ich sage das. Oh Gott. Hmm. ja naja ist sehr spannend ich weiß natürlich ob er jetzt hier um den ding rum läuft also hier hinter das auto kommt oder einfach da jetzt mal so wieder rüber geht alles klar sehr sehr positiv so da ist auf jeden fall eine leiter könnte man glaube ich erst mal die scharfschützen ausschalten wo war jetzt der laptop hier der muss ja auch irgendwo sein was macht der denn jetzt? hallo? schädel runter, schädel runter da sind wir noch einer wer weit soo ich glaube das Dach ist erstmal safe, wa? vermute ich jetzt mal da sind Lüftungsschächte ich würde aber trotzdem gerne wissen wo der laptop ist da habe ich jetzt irgendwie ach der ist unter uns ok naja dann springen wir mal hier rin ich mag nicht ist hier irgendwo eine lichtquelle? ich mag nicht ist hier irgendwo eine lichtquelle? oh oh schädel du scheiße Wenn ich da jetzt rinspringen, sieht der mich ja. Ja, ist irgendwie ungünstig. Allerdings ist es hier auch ungünstig. Und mit einem Elektroschocker kriegt der nicht ausgeschaltet, das hat ein Problem. Tja, gute Frage. Oh ne Kacke, Alter. Komm, noch mal gucken. Da waren es nur noch zwei. Das ist nicht witzig, Mann. Ne. Da hast du recht. Ja, der andere Typ, der ist halt... Na gut, jetzt könnte ich, wenn der Typ jetzt da zurückkommt, kann ich hier auf der Seite ausschalten. Kücher. Alter, nicht rin, um Gottes Willen. Bist du denn des Wahnsinns? Scheinen dich mal nicht zu interessieren, oder? Dass da einer rumliegt. Jemand hat ihn umgehauen. Ja, was er... Ich glaube, ich muss hier weg. Ja, jetzt sind es schon drei. Alter, wollt ihr mich verarschen? Nee, nee, nee. Alter, greift ihn an. Was macht der? Alter, sch... Jawoll. Wieso hat der den nicht gegriffen? Also, war der jetzt nicht gegriffen? Ich hab ihn noch von hinten... Von hinten attackiert. Verstehe ich nicht. Das verstehe ich nicht. So, na gut. Let's try it again. Ja, komm, die schalten wir trotzdem aus. Kopf runter. Alter. Mein Gott. Wenn man lest, wie geht, wa? Das sind alles easy peasy, aber naja. Also, das ist äußerst ungünstig. Ja. 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 Das ist nicht sicher. Untertitelung des ZDF, 2020